Hallo, ich bin einer von den zwölf Tempo Fahrradbooten in Linz. Wir haben mehrere Möglichkeiten unsere Zustellungen durchzuführen, hauptsächlich die kleineren Sachen mit unseren Fahrrädern und mit unseren Rucksäcken. Das sind wichtige Dokumente zum Gericht zum Beispiel oder auch Blutproben und kleinere Pakete, die sehr schnell zu unseren Kundinnen und Kunden kommen sollen. Für größere Pakete haben wir unsere Lastenräder. Damit transportieren wir unter anderem Drucksorten bis zu 100 Kilo innerhalb der Stadt. Und wenn es mal ganz viel sein soll, haben wir unsere Anhänger, die wir an unsere Lastenräder anhängen, die dann noch zusätzlich 60 Kilo transportieren können. Die Vorteile für uns und für alle ist die CO2-Emissionsfreiheit sowie die schnelle, leise Durchführung. Von der JKU bis zur Plus City fahren wir tagtäglich mit unseren Fahrrädern und wir sparen dadurch jährlich ungefähr 40 Tonnen CO2 ein. Unsere Mitarbeiterinnen werden fair bezahlt und haben alle ein Mitspracherecht. Unsere Vision ist, dass die gesamte innerstädtische Logistik durch Fahrräder durchgeführt wird. Temporatbote eine? Ja, hallo, grüße ich. Ja, den Auftrag erledigen wir gleich. Okay. So, wir müssen wieder los. Tschüss.